Das brauchen wir auch nicht. Wie ist denn eigentlich unser Auftrag? Wir müssen hier hin, ne? Rede mit Donovan. Ah, schon wieder mit Donovan reden. Okay. Gehen wir mal zu Donovan. Mal sehen, was Donovan sagt. Wo ist denn meine... Ach, da hinten. Ach, da können wir ja rüberlaufen. Da ist es ja um die Ecke fast. Es regnet ein wenig. Ja, mir geht's gut. Wenn ich Mafia zocken kann und dann mal Zeit habe, dann bin ich immer gut drauf hier. So, hier ein bisschen. Ja, er muss ja in Form bleiben. Unser Lincoln. Mal schauen, was Donovan zu sagen hat. Einfach genial, dieses schöne Setting hier. Wo treibt der sich denn hier rum? Auf dem Friedhof? Oder was ist hier los? Oh, das war eine schöne... Ach hier, Bushaltestelle wieder. Ah, jetzt. Okay. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Wenn du annimmst, alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Hm, ich nehme an. Ich habe den alten Charlie abgehört. Der ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto Tötet sie, der Herr wird die seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknapfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Seine Infos sind auf dem neuesten Stand. Jetzt zurück ins Motel. Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Nice! So, auf zur nächsten Mission, ja. Oh, da ist doch richtig Action. Oh, wie viel kommt da denn? Die wollen doch nicht alle. Konfrontiere Vierfinger Charlie Kingquade. Kingquade. Denk daran, dass wir kurz in die Kirche da eine Heroingeschäft verwandeln. Und dann, wenn du dich ernst hast. Zu denken, mhm, hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, das klingt gut, oder ihn anzuwerben. Hm, anwerben. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Okay. Hab Richard gesagt, er soll Charlie das Heroin nicht anvertrauen. Aber er hat darauf bestanden. Wäre ja Charlies Vater schuldig, oder so'n Scheiß? Charlie ist nicht halb so viel wert, wie sein Vater es war. Wenn der Neger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn. Und danach gewannen wir uns um Charlie. Hm, hm. Okay. Ich glaub, wir machen die hier mal ein bisschen platt. Da ist unser Problem. Oh, das hat der andere zum Glück nicht mitgekriegt. Hohohohohoho. Schnell war die Kohle neben mir. So. Ein bisschen Kohle machen hier. Ich glaub, ich geh hier gleich zum Geschehen. Da liegt auch noch Geld. Boah, was ist das denn für ein ekelhafter Typ? Müssen wir hier durch? Oh, keine Ahnung. Ups. Ist der da grad langgekommen? Wir haben einen Mann verloren. Oh, shit. Der blöde Sack. Ja, mach mal. Wo ist der Sack? Da ist er. Okay. Ich bin dieses Arschloch und seine Spiel. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Shit, nun mach ihn doch platt, Mensch. Fuck. So. Schnell erholen. Der hat mich gesehen. Sheet, 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 sheet. Wow, wow, wow. So ein Sheet. Ja, haltet gedrückt. Kreis gedrückt halten. Okay, okay, okay. Ich gehe jetzt hier durch. Okay, schauen wir uns hier mal um. Da komme ich, doch, da komme ich weiter. Schön versteckt bleiben. Oh, es sind da viele. Sheet. Kickback. Wow, sind das viele. Ich glaube, ich gehe hier mal lang. Na, kommen wir da durch. So ein Ärger, da kommen wir gar nicht vorbei. Der macht ein bisschen Marke-Jackson-Style da. Ich bin schon wieder weg. Der ist ja cooler Bug hier, Ast Rhein. So, da müssen wir irgendwie rein. Wenn wir hier mal eben oben rein, weil da würde ich auch mal eben reingucken. Was ist da drin? Kann ich mit der sprechen, oder? Was ist denn der Typ? Du steckst hier irgendwo, Süßer. Ja, komm her, hier. Komm, Bro. Von wo kommt denn die Ratte, Mensch? Da ist er. Siehst du, was der mit sich rumträgt? Ich bin... Ihr Miss-Kerl ist hier! Bin ich ein Arsch? Oh, dann macht ihn doch platt, Mensch. Runter, 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 runter. Puh. Oh, du gehst mir auch auf den Sack, Mensch. Nee, brauchst du ja auch nicht. Oft rumzujammern hier. So. Hier lang? Darüber? Nee, da kann er nicht rüber. So ein Ärger. Da auch nicht. Nee. Ich muss ja irgendwie über die Mauer rüber. Da kommt er auch nicht rüber. Mensch, ist das so sportlich. Wie komme ich da denn jetzt hin, Mensch? Okay, wir müssen hier durch. Was haben wir hier? Eine Schallplatte. Cool. Mann, nun halt doch mal den Bubble. Mein Gott, ist das eine blöde Kuh. Ja, ich tu dir doch gar nichts, Mensch. Du komm doch mal wieder klar hier. Das ist doch nicht zu fassen. Wie kommt man da denn jetzt hin zu diesem blöden Haus? Gehen wir hier mal rein. Ah, das ist hier verwinkelt. Das ist doch zum Mäuse melken. Da ist schon wieder ein Typ. So, runter, 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 runter. Ich lieg am Boden wie ne beschissene Flunder. Ich jage ihn, Kumpels. Sieh nach, was du findest. Da kommt einer. Okay, 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 okay. Ja, boy. Da kommt von einer anderen Seite. Ach, da kommt der her. Ah, shit. Schnell weg. Ich werde auf dein Grab pissen. Okay. Ach, man hat kaum eine Chance hier unbemerkt durchzukommen. Lauf, Arschloch. Mir nach. Los. Du hättest dich veröffentlicht. Oh. Oh. Läger, weiblich. Wow, wow, wow. Ich werde deinen Arsch kregen. Wow, 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 wow. Die sind echt gut drauf hier, die Jungs. Ja, mein Fajag. Ich hoffe, die hast du dich selber verbrannt. Oh, oh, oh. Schnell weg. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Da, 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 da. So, geht doch. Okay, auf ein neues. Dieses Dreckswetter. Oh, oh, shit, da ist er. Der Kleine ist hier. Den haben wir. Oh, oh, oh. Ah, nun lass doch den Vogeler. Oh, oh, oh. Oh, oh. Da, 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 da. Mann, 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 Mann. Wo ist die Ratte? Da ist noch. Auch noch Munition. Ist noch nicht bereit für das Leitenschauhaus. Haben wir. Da ist er. So. Den haben wir auch. Hast du Munition dabei, hast du nicht. So. So langsam kommen wir hier voran. Eine ganze Armee hier wieder zu vernichten. Ach, die ist leer. Ich bin nämlich lieber die. Da ist Schild. Ne. Das ist eine gute Idee. Mein Geld. So, wollen wir mal rein in die Butze. Rein in die Butze. Was haben wir hier? Da. Vielleicht ist er da drüben. Genau. Vielleicht bin ich da drüben. Vielleicht auch nicht. Du scheinst dir, Tizer, der letzte auf der Liste zu sein. Scheiße. Bring den zu arbeiten. Hört von Atelis der Erde getilgt. Geht. So. Weiter geht's. So. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier mal... Was haben wir hier schönes? Jawohl. Gucken wir mal das ganze Equipment her hier. Das ist eine gute Idee. Wart, du kannst doch noch nicht... Komm mal, du kriegst jetzt noch einen schönen Headshot. Anwerben. Okay, wir werben ihn an. Und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder groß zu ziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. So. Lass mich ihn mal leben. Alles klar. Heroingeschäft gesichert. Das lief doch mal richtig gut jetzt. Bezirk eingenommen. Sehr schön. Kassandra zuweisen. Das machen wir. So. Meine Lieben. Wir haben heute wieder ein bisschen was geschafft. Jetzt zählen wir noch mal eben. Jawohl. Meine Lieben, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge wieder. Sehen wir noch mal irgendwie, wie die Autos hier auf den Hof kommen und die Butze einnehmen. Meine Bros kommen. Bezirk ist eingenommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und ciao. Ciao. Oh.